leute willkommen zurück aber jetzt ist es völlig bleibt was für ein ekelhafter gestank besuch für dick und ich liebe besucher ein wunder dass sich überhaupt niemand besucht stinke kessler was meint der komische vogel sie wollte nur wissen wo wir die hexe grund finden das weiß ich ganz genau wenn ihr die hässliche alte aus dem weg räumt bin ich endlich frei schweige still du armer tropf ich hasse diesen topf ist das spiel hier erst vorbei koche ich in dir spinnenbrei keine panik ding pot wenn wir sie erst mal gefunden haben wird sie den mund nicht mehr so aufreißen das hört sich gut an springt hinein ich schieße euch genau zu mir viel blick hineinspringen niemals den gestank werden wir nie mehr los das so wie wir haben keine zeit zu verlieren jetzt treten wir der hexe in den hintern wenn das spielchen ist dann aus weiß ich den vogel das ist hier drin was wäre dort drin leute was wäre in diesen türen drin das würde mich echt interessieren neulich hat die hexe in mir eine suppe aus krönschleim und leute das schweige zusammen das zukommen leute ich weiß nicht alles schwer ich meine gut hin voll abgeschlossen das ist die nicht mehr hier den 151 auch nicht mehr Abgeschlossen Hier fehlen uns vier Noten Hier neun Noten Ach, die Bank hier bei 71 Hier 67 Wisst ihr was, Leute? Wir machen erst mal die Hexe Und dann, wenn wir sie nicht schaffen Dann werden wir uns in diese Notentür begeben Also los geht's So ein lächerliches Paar, sehe ich nicht jedes Jahr Kämpfe nur, du doofer Bär, mein Sieg wird sicher legendär Was ist das? Was ist das? Was muss ich denn da machen? Was muss ich denn da machen? Was muss ich denn da machen? Was, dass du das? Was ist 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 das? Oh! Oh! Oh, was geht denn so weiter, Leute? Oh, jetzt ist Schluss mit dem Gekicher, hier oben bin ich für euch sicher. O street of concern, coatering Como, hier oben bin ich, hier oben bin ich schon... ...Daf 두� attention, was ist der Planraum? Ok Genau Ich bin die 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 und irgendwann sehen wir uns dann mal hier wieder, aber für den Moment habe ich jetzt keinen Nerv dafür, ich habe den Kampf angucken, ich werde dann auch die nächsten Tage ein paar, ich werde dann ein bisschen Super Smash Football weiterspielen und irgendwann, wenn ich mir dann Lust habe und Bock auf Benjo habe und den Kampf, wenn ich den abgucke und sehe, dass er machbar ist, dann werde ich ihn natürlich machen, also Leute, bis zum nächsten Mal, beim Benjo Kazumi, dann sehen wir den Kampfkampf mit dem Tilda, bis zum nächsten Mal, Tschüss!